Na, da sind wir wieder, äh, Zombie-Driver-HD. Räume im Lagerhaus am Bahnhof auf. Da Lagerhaus und da oben Blockaden. Okay. Okay. Hier mit dem Bulldozer. Okay, da hat es immerhin keine Ketten. Nur noch Räder. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir dort fix hinkommen. Ich darf nicht durch diese super fetten Farmen. Die sind Gift für uns. Oh, hey long, hey long. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin ja zu weit gefahren. Diese Holzkisten kann ich ja nicht platt fahren. Das macht ja auch beinahe Sinn. Ich habe noch ein Sternchen, was wir wegmachen können. Kommen wir uns mal um das Sternchen. So. Da gab es richtig viel Geld. Alles. Alles schön platt gefahren. Okay. Der letzte Express freigeschaltet. Der letzte Express freigeschaltet. Der Zugführer leitet Busbetriebshof. Die Promissionen sehen jetzt 11 Minuten aus. Der Zugführer leitet Busbetriebshof. Die Leute, die wir hier haben versucht, zu starten eines der Straßen, um die Stadt zu entfernen. Aber sie haben nicht die notwendige Gelegenheit, um es zu operieren. Unfortunately, all die Train-Drivers in der Station wurden infectiert. Und wir mussten sie mit den Bulldozer-Bulldozer-Bulldozer-Bulldozer-Bulldozer-Bulldozer sein. Vielen Dank. Viel Glückwunsch bei uns. Maschinengewehr. Ich komme natürlich wieder mit ihm. Er hält am meisten aus. Ist am stärksten. 350 Schuss. So dann. Mal zu dem rechten Punkt fahren. Sonst bin ich eigentlich nur gerade ausgefahren. Schöne Abkürzung. Okay, hier gibt es keine Abkürzung mehr. Alles klar. Alles klar. わ... ... ... ... ... ... ... wie das ist wow, wir sind gut hier wow, wow, ich hab helft Oh, ein Healfpack. Eine Bombe. Oh, ein Healfpack. So. Eine Bombe zuerst! Oh, ein Healfpack. Das darf man nicht auf einem Aufhebatieren. Oh, ein Healfpack. Was er jetzt? Ja, was about to? Alles zerstört, alles klar. Da war er, heilung. Riffen. Riffen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich bei der Explosion. 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 So lange, so lange. Und jetzt müssen wir noch Karte fahren. Jetzt müssen wir einen Flott-Flott machen. So, das Ganze jetzt sprengen. Der Bus fährt und flüchtet. Ich bin gleich bei mir. Danke Gott, dass du aufsteigst. Ich versuchte, hier von diesem Bus zu kommen. Aber der Exilie war bereits geblokt. Also, ich lockte mich in die Seite. Ich gehe nach der Tränenstation. Du kannst diesen Bus besser nutzen, als wir auf der Straße treffen. Ich werde noch mit, zu der Zeit. Die Straße war der Ausgang. Oh, dann. Oh. So. Das haben wir noch ganz locker geschafft. Sehr schön. Und wie es dann in der nächsten Mission weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.